Guten Abend, wir haben Freitag, den 25. November, es ist 17.33 Uhr, wir machen gerade die Schlusskurse, DAX liegt bei 14.536. Ich habe das Thumbnail unterschrieben mit seltener Konstellation, und zwar möchte ich das mal ganz kurz aufklären. Wir haben hier, das sind 8 Kerzen, Wochenkerzen, das ist der Wochenchart, also eine Kerze, eine Woche, 8 Wochenkerzen hintereinander, weiß, positiv. Kein einziges Atmen, nichts dergleichen. Normalerweise werden solche Bewegungen immer mal wieder, sowas hier auch, von kleinem Atemholen begleitet, haben wir überhaupt nicht. Ich habe diese Art der Aufwärtsbewegung jetzt auf die Schnelle nur einmal gefunden, und zwar hier, 2015. Da waren es 10 Wochen hintereinander, und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das fast 3000 Punkte gewesen. 10 Kerzen, bevor einmal eine Korrektur kam. Jetzt haben wir 8. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Korrektur jetzt mal bekommen, ist auf jeden Fall gegeben. Ich bleibe jetzt mal ganz kurz bei der Woche. Von dem All-Time-High runter zu dem Jahres-Low sind wir jetzt ziemlich genau bei dem 61er Retracement. 14.590 haben wir gesehen, mehr oder weniger. Als nächstes habe ich immer noch diesen Widerstand hier, das war das Hoch bei 14.709, das war in der Woche vom 06.06. Und danach habe ich hier diese, wie ich das immer gerne nenne, Abrisskante. Hier sind wir drunter gegangen, und zwar dann auch heftig. Und das liegt bei 14.822. Also, da gibt es den Spruch, die Luft wird dünn, die ist schon ein bisschen länger dünn. Aber ich habe noch kein verlässliches Verkaufssignal. Weder über den Trendfolger, MACD, alles positiv. Und ich habe lediglich, das werden wir auch gleich im Tag sehen, eine sehr hohe Oszillator. Aber auch hier, kein Verkaufssignal. Der ist jetzt bei 98 von 100. Das ist schon extrem. Wenn man das hier also auch mal mit der, jetzt sind wir hier, warte mal, das ist jetzt bis 2020, ja. Da war der nur einmal hier, war so hoch. Und selbst das, das hat er nicht erreicht. Also, wir sind hier im Extrembereich. Das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt hier sofort fallen. Es ist einfach nur, sagen wir mal so, die Strecke, die ihr hier macht, ist für mich begrenzt. Sagen wir es mal so. Wir sind von allem her positiv. Wir sind vom unteren Band zum oberen Band gelaufen. Also, der Markt schreit nach einer Pause im Sinne von, wir müssen ein bisschen atmen. Tatsächlich war diese Wochenbewegung hier, wenn ihr diese Kerze mal vergleicht mit allem, was ihr hier so auf den ersten Blick seht. Also, das war schon fast eine Arbeitsverweigerung. Wir hatten 14.574 bis runter 14.320. Da bin ich bei 255 Punkte in der Woche. Die hätte sich auch schenken können, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, da war Thanksgiving. Aber ich habe das auch im letzten Film schon gesagt. Ich habe das vom Thanksgiving herum schon Horsieren und Bessieren sehen. Aber das, dass das gar nichts macht, das ist also schon relativ selten. Gehen wir mal zum Tag. Bevor ich den jetzt hier auftrösel, ein Blick auf die Volatilität. Und zwar, das ist der VDAX New. Den habe ich jetzt vor 20 Minuten mal ausgedruckt. Der ist bei 20,8. Wir kommen von 33. Das muss man hier so sehen. Von da ist die Skalierung. Wir sind auf dem tiefsten Stand seit Januar. Ich habe hier mal geschaut. Eine am Geld liegende Option. Neun-Monats-Laufzeit liegt im Moment so zwischen 22,5 und 23. Das ist wirklich tief. Vor sechs Wochen war die noch irgendwo so bei 28, 29. Also der Markt, auch wenn er gestiegen ist, befindet sich Volatilitäts gesehen in so einer Art Chill-Modus. Das ist tief. Also ich möchte die Volatilität jetzt hier nicht mehr verkaufen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir runtergehen auf 16. Das sehe ich jetzt mal nicht. Aber der Markt beruhigt sich. Ja, was haben wir am Mittwoch gesagt? Der meandert einfach hier hoch. Kommt jetzt hier an Widerstand 1, Widerstand 2, Widerstand 3. Hier ist die Abbruchkante. Ja, 14.822. Also ich halte es immer noch für zu früh, Putz zu kaufen. Ich habe selbst auch welche, kleine. Basis 15.222, glaube ich. Das kann man schauen. Ja, 15.221 habe ich auch welche. Da liege ich jetzt, glaube ich, zehn Punkte hinten. Aber das ist mir jetzt mal egal. Die möchte ich haben. Einfach für mein Gewissen, dass ich da ein bisschen beruhigter bin. Vom Tag her. Alles weiter in Ordnung. 20-Tage-Linie kontinuierlich nach oben. Bänder alle nach oben. Wir handeln zwischen 20-Tage-Linie und oberen Band. Das ist weiter positiv. Wir haben hier die Unterstützung, diese gedashte Linie. Das war das letzte Breakout-Ding bei 13.947. Das ist nach wie vor mein Ziel. Da in etwa, leicht drüber liegt jetzt auch die 20-Tage-Linie. Die wird am Montag ein bisschen weiter steigen und sollte so um die 14.050 liegen am Montag. Also das ist schon ein sehr steiler Anstieg, muss ich schon sagen. Man neigt zur Vorsicht oder zur Zurückhaltung. Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass viele Einzelpersonen, Einzeltrader sind tendenziell eher Short. Die haben irgendwo immer noch ein paar Putz. Die haben immer noch Korridorscheine. Und auf der anderen Seite die Anzahl der Longs. Also ich kenne kaum Leute, die Long sind. Das ist also, ja, ich sehe es nicht. Aber trotzdem kommt es nicht runter. Und irgendwann haben die Shortz dann auch keinen Bock mehr. Das war eine schöne Bewegung, die wir da hatten. Wann war denn das? Das war hier gestern war das am Donnerstag, wo es dann nochmal hoch ging. Relativ flott. Von der 14.000 etwas unter 500 hoch bis zur 14.587. Das war eine schöne schnelle Bewegung. Ich dachte zuerst, das ist dieses Peak, wonach ich suche. Aber noch ist es nicht da. Das ist ein Peak. Das ist dann ein Peak, wenn wir so ein Ding hier unterbieten. Da oder hier. Und das bleiben nach wie vor für mich die ersten wichtigen Trading-Ansätze. Einmal hier die 14.1. Jetzt muss ich mal schauen. Das ist die 14.149. Ja, und oben die 14.590. Das sind für mich jetzt erstmal so aus kurzer Sicht die wichtigen Punkte. Wir sind über die Tagestechnik. Nach wie vor in der modernen Sichtweise leicht negativ. Jetzt kommt die traditionelle ein bisschen dazu. Hat noch nicht, also dreht, aber hat noch nicht kein Verkaufssignal gegeben. Und nach wie vor, wir hatten eben die Wochenstochastik bei 98, ist die Tagestochastik auch sehr, sehr hoch. Aber auch hier neigt nicht ihren Kopf nach unten. Da ist noch nichts. Deswegen sage ich, der hat noch durchaus Platz. Der kann uns hier so nochmal so richtig rausfuhlen, nochmal mit 200, 300 Punkten. Wobei ich nach wie vor denke, dass diese 14.822, das sollte dann wirklich erstmal Schicht im Schacht sein. Ob eine neunte Wochenkerze positive Folge kommt, das wissen wir nächste Woche. Möglich ist es. Aber ich rechne nach wie vor eher mal mit einem kleinen Rückschlag hier zur gedashten Linie. 13.926, aber es ist noch nicht so weit. Es könnte so weit sein, wenn wir hier ein Doji haben oder einen Shooting Star. Da muss man mal schauen. Shooting Star ist also ganz langer Docht und ganz kleiner Körper. Und zwar unten in der Nähe des Tagestees. Das wäre dann Shooting Star. Das muss man sich dann mal anschauen. Das kann man also am Tag dann immer noch am Abend entscheiden, was man da macht. Von den Scheinen her. Das sind die gleichen Scheine wie letzte Woche. Da hat sich jetzt lediglich der Hebel geändert und natürlich die Basis. Weil es sind ja K.O.-Scheine, also Turbos und keine Mini-Futures. Ich habe erst mal 13.617. Da sind wir leicht über der 200-Tage-Linie, leicht über dem 38er-Tracement. 13.617 ist im Moment ein 16er-Hebel. Das ist die Kennenmer GZ 3261. Und ich habe einen, der liegt weiter weg unter der 13.000 bei 12.915. Da sind wir hier sogar unter dem Band. Das ist also die gemütlichere Option für den Fall, dass wir hier runterkommen und sagen, okay, ich will mal was haben, aber ich möchte nicht zu nah dran sein mit dem Hebel von im Moment 9. Nein, das ist die KG-8-TLR. Bei dem Putz hat es hier auch die Basis dann reduziert. Bei den Calls erhöht sie sich, bei dem Putz reduziert sie sich. Ist jetzt 14.994. 14.994, das liegt ganz, das liegt ziemlich genau am oberen Band. Hebel 29, schon eine größere Option. Die GK0-R1V. Oder mit dem Hebel 15, nochmal rund 500 Punkte dahinter. Da sind wir also hier, ähnlich, in Anführungsstrichen, gemütlich wie der Call hier unten. 15.483 mit dem 15er Hebel, das ist die KF 9 M7W. Wenn wir wirklich hier einen Doji machen oder einen Shootingstar und knallen hier runter, gehen vielleicht unter diese beiden Kurse hier. Das hier war am Dienstag der Tiefskurs, Entschuldigung, am Donnerstag der Tiefskurs bei 14.447. Dann kommen diese Putz in Betracht. Ich warte noch. Ich glaube, ich muss hier nicht dem Markt irgendwas vorausnehmen. Ich befürchte, auch in Anführungszeichen eher, dass wir nochmal so einen Peak hier raus machen. Das fehlt irgendwie noch. Die Shorts müssen raus. Es sind zu viele Leute Shorts. Den Eindruck habe ich. Zu viele einzelne Marktteilnehmer. Aber grundsätzlich, 8 Kerzen, positive Kerzen in Folge ist hoch, was für mich den Weg nach oben insgesamt ein bisschen versperrt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye. Bye, bye.